recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind folge nummer 37 glaube von oxygen not included ja letztes mal hatten wir oben geschaut dass wir da hier die toilette weitermachen den abfluss und so was da wollen wir dann weiter gucken dass das fertig wird dann müssen wir mal ein bisschen was dran tun damit da der abfluss läuft weil da war schon jemand am duschen letztes mal und das wasser muss ja irgendwie da rein hier unten alles klar dann würde ich sagen noch mal in druckung uns das mal an bis gleich so dann schauen wir doch mal rein wir müssen mal gucken dass hier die prio höher ist beim richtigen teil rohr prio 6 prio 7 rohr prio 7 da sind sie ja schon am arbeiten rohr prio 7 rohr prio 7 so da ist schon was passiert ist es denn schon weiter vorgerutscht das wasser jetzt nee tut's nicht das passiert wahrscheinlich erst wenn das hier offen ist dass das weiß wo es lang fließen muss ne so und jetzt das letzte und dann läuft das wasser eigentlich da durch oder nee doch nicht müsste das jetzt nicht da lang laufen von alleine und hier nach der ausguss ist noch nicht fertig okay aber den machen sie gerade das ist ja wunderbar dann sehen wir jetzt sofort wie das wasser gleich sich da in bewegung setzt okay kann sich nur noch um sekunden handeln und fertig und läuft okay das geht hier zum glück auch aus das bedeutet wir können hier das rohr zerlegen und ich glaube wir müssen jetzt nicht diese leitung behalten oder das ist ja unsere leitung die da hin fließt denke ich mal ja würde ich jetzt mal so sehen nützt nichts wir müssten hier noch gerade doch dann die verleitung jetzt baut sie schon ab ne ich hätte hier noch schließen wieder müssen dann wäre das wasser darauf hätte das schmutzige wasser da weggelaufen aber das machen wir gerade noch auch wenn es ein bisschen sich doof jetzt anfühlt aber dann wird das auch entleert und wir haben kein theater mit aufwischen und sowas ne was fehlt denn hier sand rohr blockiert ach so ja das geht nicht weiter weil wir hier noch nicht fertig sind und da müssen wir dann die farm nämlich anschließende ja okay das würde bedeuten wir müssen jetzt hier gerade noch mal die prior ändern dass das auch fertig wird da kommt schon jemand und macht es sehr gut forschung läuft und dann können wir hier das alles mit wasser versorgen rohr wird fertig rohr wird fertig wasser läuft will ich hoffen ja tut's das bedeutet rohr zerlegen macht das auch mit sieben wir können das zerlegen aber auch hier mit dann machen so und die prior da ist fünf würde da aber auch vier reichen denke ich so dann werde ich jetzt aber noch mal ein sanitärgeschäft gehen und hier die leitung dann anschließen wollen da ist natürlich noch schmutziges wasser dran wie wir gerade sehen ja aber hier unten ist das wasser schon weg das bedeutet wir werden ganz schnell hier ziegel fabrizieren die das schließen und das auch ne warte mal falsche ebene sehe ich gerade dann brecht das wieder alles ab das müssen wir doch nicht machen sondern wir müssen den stein dann nur setzen hier dass das da nicht rein laufen kann hier ist noch ein wasserflecken den wir aufwischen sollten da haben wir schon eine rutschstange sehr schön das wasser wird weniger hier unten ist ja auch schon eine pumpe drinnen die wohl auch schon läuft okay wie sieht es denn so mit sanitär aus dann in rohren da hier gibt es keinen wasseranschluss das muss von hand gemacht werden also das geht hier oben hin schon alles klar die toilette hat ja noch keiner besetzt da wird auch gerade händer gewaschen alles ist gut so wie sieht die andere seite aus die wollen wir auch noch bauen das bedeutet ja eigentlich dass wir diese prio hier mal erhöhen müssten von diesen zwei feldern dass da was passiert forschung abgeschlossen webstuhl und teppich ziegel ok webstuhl und teppich ziegel da ist die forschung wollen wir gleich nach einer neuen gucken erdgas öl und petroleum brauchen wir jetzt noch nicht so wirklich künstliche freunde benariosystem krankheitsreaktionose rohrgas rohrflüssigkeitssensor erde das alles jetzt reinige und erz in salzer das ist hier surf simulator ja das ist jetzt hier automatisches gasventil das haben wir fertig das haben wir nicht fertig dann würde ich jetzt sagen machen wir doch dabei ach so dass man zwischen nee das war kein zwischenschritt wir haben das eben gemacht oder und aber das doch nee das war kein zwischenschritt da lasse das machen ach nee wir haben das umgeswitcht auf das eigentlich weil wir dieses luxusbett vielleicht wollten oder die klettergeschwindigkeit über ein plastikleiter das wäre auch wichtig dass wir die da um ändern und das ist eine leere leinwand und weiß was wir machen erst da weiter das erscheint mir mit der leiter wichtiger dass sie schneller laufen können ja dieser ziegel muss fürchterlich schnell dahin damit wir da oben weitermachen können ich würde den sogar prio 8 setzen wischen wäre auch nicht schlecht es ist die frage ob hier in der farm wasser drin ist oder nicht mehr schwierig wir müssen auf jeden fall hier gucken dass dieses rohr weg kommt beziehungsweise es wäre ja ein klempner gefragt auf der passenden stufe der das machen kann oder wie war das ich meine das hätte mir der mordrack war das glaube geschrieben oder fertigkeiten des duplikanten wir haben hier ein elektrotechniker mechatroniker mechatronik technik heißt er dann hier das ist eine technik das wäre wahrscheinlich das entscheidende aber er ist definitiv hierfür zu haben also und dann kriegt er so ein ab die moral geht sowas von also moral bedürfnis ist jetzt eins und dann wieder so hoch also das geht gar nicht weil wir erstmal das alles erfinden müssen ach so verbesserte tragfähigkeit ist ja auch gar nicht schlecht für dich jetzt müsste man nur mal gucken wir könnten hier noch eine mütze diesbett hat für keine mütze also die hat auch nichts doch verbesserte landwirtschaft die soll aber viehzucht ja kriegen haben wir denn jetzt hier ein klempner tierzucht landwirtschaft stärker medizin koch und wissenschaft tätigen maschinen graben bauen und das ist verbesserte stärke sanitärtechnik das kann die also katalina kann das ist schon der richtige route katalina sanitärtechnik passt wohl ne ok wenn die das doch kann ne wie kriegen wir direkt die autor reparatur deaktive desinfizieren das ist zerlegen dann zerlegen brechen wir noch ab weil das da unten noch nicht fertig ist weil da kommt man sonst nicht voran ok wie sieht es mit essen aus 22 das ist schon mal gut ok alle stehen auf alle tun was bis auf stinky aber da geht auf toilette kompost haben wir hier im zweiten da müsste nur dann aktiv werden ist der nicht eingestellt oder sowas nur eigentlich weiß man doch was dein kompost kommt oder da ist auch schon was dran das sieht man noch nicht so richtig okay das brauchen wir ja dahin von da nach da dann machen wir den raum zu glaube oder so war unser plan ja also die forschung haben wir jetzt noch nicht gemacht wollten wir aber doch zu wenig ressourcen wasser fehlt da ach so ok aber wasserinnahmestelle war doch bestimmt irgendwo oder ja da ist ja die pumpe ok der stein ist da das heißt wir können hier priorisiert das rohr abbauen zerlegen auf stufe 8 da kommt ein neues druckteil zerlegen stufe 8 und das rohr auf stufe 8 bauen rohr auf stufe 8 bauen so gucken wir da gerade rein was hier gibt wieder eine blau pause eisen verfügbar 500 kilo ja du blieb planten am duplikanten haben wir natürlich ja sag schon 4 mal 400 weiß ich nicht wie viel es jetzt gibt aber wir nehmen das eisen weil duplikanten können uns jetzt nicht leisten das mit dem essen würde ja nicht klappen so jetzt ist hier verdammt viel was eingekommen also die prio hätten wir vielleicht noch anpassen sollen naja da kann einer wischen erstmal sind auch schon beide weg das auch schon mal gut jetzt gucken wir mal gerade nach sanitär sind da jetzt schon wasser am fließen nee weil hier noch nicht weiter es machen wir das rohr auch noch eine hier unten wird schon gewischt das schon mal gut da ist wohl sauerstoff schlecht war ja da müssen wir auch noch daran arbeiten dass das jetzt besser wird mit dem sauerstoff wie sieht es denn mit algen aus wenn man das zu algen nur noch 706 kilo dann müssen wir mal was dran tun wo haben wir denn noch algen hier oben ziegel käme hier hin steht den mal einer blöden stelle gebaut also mal gucken das wird sich auch noch dann ändern müssen obwohl warte man doch das ist schon alles so noch richtig lassen wir mal so graben ist noch hier angesagt aber diese lassen wir mal gerade nicht graben die beiden mal weg jetzt kommt die nachher da nicht rein oder raus die ellie die das ja macht ne wie sieht sie mit unserer masken aus da ist nur eine drinnen und ellie hat eine auf sieht erstmal alles gut aus hat frankie denn auch eine maske auf ne frankie hat keine maske auf aha die können hier durchgehen ne das ist unser problem ist hier unten irgendwas passiert ne ne wie will er denn hier die oxy fahren an temperatur 41 grad wie kriegt man den kälter das die frage 41,1 grad sogar die wärme kommt hier weg da brauchen wir nicht drüber reden ne jetzt müsste ich hier irgendwie was mit eis machen ja schwierig ne und was läuft denn das klima eis e lüfter der ist ja riesengroß kann man den drehen die frage wo ich kriege ich eis eis kriege ich ja nicht weg dann können wir den auch gleich hier vergessen bauer abbrechen bringt ja nichts wir haben ja kein eis das müssen wir erst hier noch irgendwo finden das haben wir auch noch gar nicht gemacht weiter geguckt wo hier rundherum noch irgendwas ist das ist hier alle so warm wie ich sehe die ganze umgebung ist so warm die beiden sitzen da irgendwie falsch wie ist denn mit temperaturen hier ja da ist ja auch schon voll warm ne müssten das hier hin bauen hier ist die temperatur passend ist natürlich das ganze wasser ja das bedeutet wir müssen hier ein bisschen mehr ausschachten damit das wasser hier runter kommt damit wir das weg kriegen haben wir doch mal hier oder da kann man runter ich glaube die könnten dahin springen oder wenn wir das ist ja auch da möglich mal schauen aber das sieht nicht so aus dass man dahin kann unerreichbarer grabeort weil man hier nicht lang kann okay das bedeuten wieso kann man hier nicht lang hier müsste man doch runter kommen oder die leiter kommt jetzt mal auf 9 und gucken ob es dann geht gut hier kann ein level abgemacht werden das ding die hat schon da alles dann kann auch noch ein schutz anzugs nachhaltigkeit schulung haben passt so also ist die schon abgebaut ja die wand ist sogar schon fertig hier oben ist auch schon weiter gemacht worden das bedeutet wir können jetzt erst mal hier das als grabebefehl auch geben ja okay das würde bedeuten wir werden den oxy farm dann hier hin bauen müssen gibt mir mal diese ziegel geschichte gerade das ist die normale ebene 2424 da sind unsere etagen hier soll der große kanal runter wenn er naja dann müssen wir gucken wir wissen hier mit keimen los total viel super ja müsste man mal schauen wie wir das dann da hinkriegen das haben sie schon mal schön aufgewischt ne okay aber ich sag mal wir machen erst mal hier einen cut nächstes mal müssen wir gucken dass wir hier das mit den wasserversorgung für die beete machen oder ecker was es auch immer ist hydrofarm wir müssen gucken dass wir hier unten die oxy fahren hinkriegen damit der sauerstoff dann da der kohlen das kohlendioxid zu sauerstoff gemacht wird da haben wir ja die flussweil pflanzen die müssen wir dann da nutzen das ist klar ja und da müssen wir insgesamt weiter schauen das wasser hier läuft ja schon mal wunderbar da raus das hat geklappt dann müssen wir noch weiter gucken dass hier unsere pumpe noch weiter läuft das heißt die farmen hier also da unten geht es nicht weiter okay das heißt wir setzen mal gerade noch schnell die prio hier auf 9 vielleicht klappt es dann in der nächsten folge dass diese farmen fertig sind und das wasser da durchläuft okay dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt ein daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wenn ich das nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao 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 Amen.